Alex, Servus! Angelo! Da sind sie! Michael! Komm schon genau richtig! So, starten wir mal die Fugzer-Freispiele auf dem 3er-Einsatz. 2.50, so rum. 50 Cent, was? Aber jetzt nicht hängenbleiben! Ach komm schon! Da ist immer mir so ein Case passiert, ich schwör das. Mach mal die freie Spiel, wisch? Ha? Alla gut. Mach sie da weiter, wo sie aufgehört hat. Moll die hoch, bitte, auf 11x. Schei. Jetzt aber Gas gehören, komm schon. Das heißt, bin sie immer noch. Da muss was passieren. Moll die hoch auf 13. Tumblewoods. Kommt die Sonne noch? Alter! Da macht's schon Mädels, gönnt ihr mal. Heute Abend gibt's einen Loddy. Dann kriegt er noch einen Joghurt und dann geht's ab ins Bett. Ja, so ist es recht. So ist fein. Weitermachen. Ui, schade. Aber gut. Ordentlich auch in hier. 88 Tage. Das mehr nicht! Das mehr nicht! Warum, he? Von 26.500 Millionen Zahlen, Alter, kommt die 88 jedes Mal. Oder 3x6 oder sowas, nicht? Die 4x7? Hat die Huf... Ja! Geil! 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 Starlight! Starlight! 630 Endforce, geiler Schei! So habe ich mir das vorgestellt. Alter, lass mich die Röckchen platteren. Mein lieber Scholli. Letzter Spin. Ja. 800 Tage gekönnt. Alter. Die Wüse, wie es geht. Aber hallo. Die Wüse.